Geringere Männer mögen behaupten, die Grundlage der Zivilisation sei so etwas wie Schrift, Kunst, Technik, Philosophie. Aber ich sage euch, die Grundlage der Zivilisation ist nicht ständig von Goblins gefickt zu werden. Reden wir über Safe Spaces. Habt ihr schon mal ein Thema gehabt, wo ich gedacht habe, hey, darüber kann ich stundenlang reden und dann war es doch ein 5 Minuten Thema? Ja, das ist das Problem, wenn man den normalen Menschengestand mal 5 Minuten gebraucht, aber Autoren das scheinbar nie machen. Um es einmal einfach und trocken zu erklären, das hier ist Brigitte. Brigitte ist ein handelsüblicher Kamener, was heißt, sie hat 4 Lebenspunkte und eine Rüstungsklasse von 10. Das heißt, die Sachen, die sie mit einem Angriff umbringen können, umfassen unter anderem Orks, Goblins und stinknormale Wölfe. Das heißt, eigentlich müssten sich Leute denken, wir siedeln möglichst weit von diesen Sachen weg. Aber Fantasy-Autoren denken scheinbar nicht so weit. Wenn wir mal als Beispiel Rise of the Runelords nehmen, fangen wir in Sandspitze an, sind nicht mal ein Tag da und werden von fucking Goblins angegriffen. Goblins, die nicht nur eine halbe Tagesreise entfernt sich in einer offensichtlich bösen Burg sammeln, sondern Goblins, die normalerweise etwa ein bis zwei Tagesreisen entfernt in den umgebenen Sumpfen hausen. Sobald wir hier fertig sind, geht's nach Magnima. Okay, der böse Kult innerhalb der Stadt ist nicht die Schuld von den Leuten, die gesiedelt haben. Aber es gibt mir zu denken, dass eine Riesenspinne nicht mal eine halbe Tagesreise von Magnima entfernt eine von unseren Kameraden umgebracht hat. Und sobald wir unsere Kameraden begraben haben, geht es von Magnima aus nach Schildkrötenfähre. Und in Schildkrötenfähre gibt es nicht nur eine Armee von Ogern, sondern auch noch einen verwunschenen Wald mit untoten Fae und einem Seeungeheuer. Das heißt, das generelle Fazit, was wir daraus ziehen können, ist, dass Städte entweder in friedlichen Gebieten aufgebaut werden sollten. Das heißt, Gebiete, in denen Ackerbau und Viehzucht relativ friedlich machbar sind. Oder diese Siedlungen müssen in diesen gefährlichen Gebieten angesiedelt sein, weil es dort Rohstoffe gibt oder weil die zur Verteidigung dienen oder was auch immer. Aber in diesen Fällen müssten die Siedlungen eigentlich relativ schwer befestigt sein. Das heißt, wir brauchen nicht nur fünf Leute in der Stadtgarde und eine läpprige Mauer, sondern wir brauchen da eigentlich ein komplettes Kontingent von Soldaten, was da drauf stationiert ist. Am besten mit schweren, spezialisierten Waffen für die jeweiligen Monster, die da rumlaufen. Warum mache ich dieses fucking Video eigentlich? Wie interessiert das?